Heute ging es darum, wie die Forderungsstruktur aussehen kann für diese Stahltarifrunde. Also einmal auch, wie die wirtschaftlichen Rahmen und Eckdaten sind. Dort haben wir einen sehr interessanten und sehr guten Vortrag gehört. Und man muss feststellen, die Stahlbranche schwächelt noch ein bisschen. Stahl macht schwarze Zahlen. Die Preise sind nicht auskömmlich. Deshalb würde ich dafür plädieren, wirklich ergebnisnah zu fordern und den Schwerpunkt auf eine qualitative Forderung zu legen. Neben den schon Bekannten, die wir haben, Demografie ist ein großes Thema. Gerade in der Eisen- und Stahlindustrie haben wir heute intensiv über Werksverträge gesprochen. Was könnte wichtig sein in dieser Stahltarifrunde? Einmal das Thema Entgelt, das Thema Altersteilzeit, das Thema Beschäftigungssicherung, aber auch das Thema Werkverträge ist ein großes Thema in den Stahlbetrieben. Allein am größten Stahlstandort in der Bundesrepublik, in Duisburg-Hamburg, Mit 13.400 Beschäftigten haben wir bei Auslastung ungefähr 3.500 Werkvertragsmitarbeiter im Betrieb. Bis zu ein Drittel der Menschen, die in einem Stahlbetrieb arbeiten, sind Menschen, die über einen Werkvertrag das Unternehmen betreten. Es gibt mehrere Situationen bei den Werkverträgen. Einmal die Werkverträge, wo man andere Mitarbeiter in den Betrieb hineinnimmt, für wesentlich schlechtere Löhne. Das muss man grundsätzlich ausschließen. Wenn, gilt auch dort Equal Pay, gleiche Bezahlung für die gleiche Tätigkeit. Das Zweite ist natürlich, dass man auch Know-how nach draußen transferiert. Das heißt also auch Produktionsabläufe, die eigentlich im eigenen Haus bleiben sollten, um sich auch vor der Konkurrenz zu schützen. So etwas geht zwangsläufig nach außen. Es gibt Tätigkeiten wie Anschreichertätigkeiten als Beispiel oder Maurertätigkeiten oder einmal im Jahr wird bei uns ein Ofen neu gemauert. Dieses Know-how ein ganzes Jahr vorzuhalten für zwei Wochen, das macht auch aus unserer Sicht keinen Sinn. Aber man muss den Wildwuchs eindämmen. Solche Dinge erreichst du nur, wenn du einen hohen Organisationsgrad hast. Wir sind zwar in der Stahlindustrie bei der Stammbelegschaft hoch organisiert, aber wir haben noch weiße Flecken. Insbesondere auch bei den Werkverträgen müssen wir dafür sorgen, dass der Organisationsgrad streicht. Werde Mitglied der EG Metall, organisiert euch, wählt einen Betriebsrat, damit ihr eure berechtigten Forderungen auch dementsprechend durchsetzen könnt. Und dann sorgen wir natürlich am liebsten für unsere Mitglieder, dass sie gute und faire Arbeitsbedingungen haben und dass sie von ihrem Geld und von ihren Arbeitsbedingungen gut leben können. Habt keine Angst, werdet Mitglied bei der EG Metall. Das ist enorm wichtig. Und setzt euch mit uns, den Betriebsräten, in diesen Betrieben in Verbindung. Wir unterstützen euch und zeigen euch auch hoffentlich den richtigen Weg. Und wenn LOOK bei uns, sind wir nicht zu 1966. Und wenn euch das Ganze sehen und weiter sind, weil wir die Verlly temos, dass bei dem Diese Hintergrund dafür sorgen Tokioера Fahrer und dem Betriebsrat hinzunehmen. Vielen Dank.